wassup people seht euch bei einem neuen video und bei einem neuen modus heißt er es ist wie kann gemerkt nicht nur mit so besser schießen kann hier und wir müssen die roten abschließen ja wie es von den einsatz man hat hier also hacken mit den kann man so schnee bälle schießen das ist halt viel lustiger da kommt da haben wir einen kill das haben wir eine steinhacke und man steigt halt immer mehr aus nicht ganz lustig ist besser als das normale gang geben finde ich finde ich so wie es aber man muss aufpassen weil man hat nicht unendlich viele schüsse frei und da muss man mit der munition weiß man sich schon aufpassen hier das ist nun schon fast im eimer nein stirb hier naja jetzt war sie eh schon leer die munition aber was soll ich hier das bin übungen ist nicht gewesen hier gerade das ist immer so von einem anderen spieler der bildschirm ich finde das auch ganz cool wow was ist denn der hier hallo na wo sind die nächsten warte ich will eher näher ran gehen wow was haben die da schon für sachen denn die mannschwerden hatte ich auch schon das voll böse voll böse hier na komm jetzt will ich hier auch wieder jemanden töten hier das ist der 2 gegen mich jetzt oh ich habe eine heiße axis oh nach vorne drüben na komm hier nein von der seite nein blöd na was soll es hier jetzt weiter einfach ich hab jetzt keine ahnung wie lange ich das jetzt weiter macht hier das weiß wohl keiner so zehn minuten denke ich komm her ja jetzt habe ich sterne schwert schon das geht schon ab kommen stimmen wie sie weiß mal ich so jolo oh mein muni ist das leer nein was sage ich sie ist leer 21 muss man schon aufpassen die munition das ist das nachteil ich weiß jetzt gar nicht wo man noch munition herkriegen kann ich habe den modus erst vor 15 minuten kennengelernt also wo wo war ich habe dass die matten schwert das ist böse wie gesagt so jetzt bin ich schon bei den schaufeln die machen schon ordentlich schaden jetzt wieder bei der hacke nein nicht von hinten okay da ist die runde aus ich mache jetzt noch eine runde oder ich mache kurz einen cut und dann geht es weiter so da bin ich wieder zurück ich habe schon mal geschaut wie lange die runde gedauert hat jetzt so fünf minuten gedauert und dann mache ich einfach noch eine so ähm sind denn die roten ader wow nein lol achso warum ich nicht hoch in der hand haha aber das war nicht zu gut wow das ist ja ein gegner scheiße ich habe gedacht ich lebe ich wieder jetzt lebe ich jetzt lebe ich hier sind spawns irgendwie ganz vermischt weil es blablabend da gab es einfach zwei spawns aber hier sind sie voll vermischt wie in paintball wer es kennt oh da ach die map mag ich nicht besonders bam da haben wir den geschnitzelt bam auje kann es heute gefallen einfach mal bam oh nein ach das da ein bisschen konzentrieren also auch nicht nachts ich habe irgendwie voll bauchschmerzen warum auch immer ich weiß es nicht komm ja nein wie ging das jetzt oh sorry na oh oh nein er sagt komm nein jetzt das gibt es ja auch nicht ich mag diese map überhaupt nicht ich bin kein fan davon ja ja ich habe mal wieder jemanden gekillt das ist mal ein wunder yeah wieder jetzt habe ich das schwert schon wohl erst sag ich mal ich glaube andere haben schon längstes schwert jahr ja kann so jetzt haben sie mich hier ja der einen hat schon die mantenschwert habe ich gesehen als habe ich die schaufel hier schon da gibt es wieder ein winner und das nächste mit würde die das kommen von kohann das würden sagen die mache ich beim nächsten mal und bis zum nächsten mal und ja